Ich verrate euch heute einen krassen Trick. Soll ich noch ein großes Geheimnis machen? Nein, mache ich nicht, das ist kein krasser Trick. Ihr werdet sehen, wenn ich euch das jetzt erklären werde, dann ist es völlig selbstverständlich, dass alles andere definitiv keinen Sinn macht, wenn es darum geht, neue Dinge in seinen Tagesablauf reinzuplanen. Die sogenannten Routinen. Freunde, passt auf. Die meisten Menschen scheitern in ihrem neuen Vorhaben innerhalb der ersten zwei bis drei Wochen. Gerade zum Thema Gesundheit, gerade zum Thema Ernährungsumstellung, gerade zum Thema Sport, gerade zum Thema Achtsamkeitstraining, gerade zum Thema Frühzeichen schlafen gehen. Scheitern die meisten innerhalb der ersten paar Wochen. An was liegt das? Schaut mal, was ist denn überhaupt eine Routine? Eine Routine ist irgendwas, was wir tun, wo wir nie mehr drüber nachdenken müssen. Zähneputzen müssen wir nicht drüber nachdenken. Wenn ihr morgens euch geduscht habt, habt ihr einen exakten Ablauf, wie ihr euch abtrocknet, welches Bein als erstes dran ist, welches Bein als zweites dran ist, wie ihr eure Zähne putzt, wie ihr hier die Tube aufmacht. Das sind alles automatisierte, routinierte Bewegungsabläufe, ohne dass ihr aber nur einen Gedanken darüber verschwenden müsst. Das läuft alles automatisch ab. Da müssen wir nichts mehr drüber nachdenken. Genau das ist ja der Vorteil. In dem Moment, wo wir nicht mehr drüber nachdenken müssen, in dem Moment, wo es für uns selbstverständlich ist, ist es eine Routine. Und jetzt überlegt mal, wie lange hat es gedauert, bis es mit dem Zähneputzen geklappt hat? Routiniert. Als kleine Kinder haben wir es geübt, 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 geübt. Gleich gilt für die Schuhe anziehen, für die Strümpfe anziehen, für die Hosen anziehen. Und wenn ihr euch heute beobachtet, habt ihr bei solchen selbstverständlichen Dingen immer den gleichen Ablauf. Ihr müsst mal beobachten. Ihr müsst dann immer drüber nachdenken. Ihr könnt sogar nebenher an andere Dinge denken. Das ist ja das Faszinierende. Und jetzt ist die Frage, warum scheitern wir innerhalb der ersten paar Wochen bei neuen Routinen? Dafür gibt es einige Gründe. Ein ganz schwerwiegender Grund ist ein fehlendes Zeitmanagement. Ich beobachte es ja schon seit 30 Jahren. Und da ist es tatsächlich so, die Menschen, die ein gutes Zeitmanagement haben, bei denen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Vorhaben zum Erfolg führt, viel größer wie bei den Menschen, die sagen, oh, ich mache das Freestyle. Ich schaffe das schon irgendwie. Da ist das Scheitern bei den meisten schon vorprogrammiert. Genau aus diesem Grund ist es ganz gut, wenn ihr euch was vorgenommen habt, dass ihr ganz klar euch ein Zeitfenster macht von mindestens sechs Wochen, mindestens bis zu acht bis zehn Wochen, vielleicht sogar zwölf Wochen, je nach Persönlichkeitsprofil. In dieser Zeit solltet ihr ein sensationell gutes Zeitmanagement haben. Wann stehe ich auf, wann mache ich meinen Sport, wenn ich ihn morgens mache, beziehungsweise auch, wenn ich ihn abends mache, wann mache ich den Sport, wo mache ich den Sport? Das Ganze eintragen in euren geschäftlichen Terminkalender. Das Gleiche gilt auch zum Thema Essen. Was frühstücke ich? Wir sollten wissen, was wir frühstücken. Wann frühstücken wir? Wann essen wir zu Mittag? Zirka? Wann essen wir zu Abend? Vor allem, was essen wir? Das sind alles Dinge. Ihr solltet ja wissen, wie es funktioniert. Dazu braucht ihr einen Plan. Ja, einen Plan, eine Strategie. Das gilt auch für das Schlafen. Viele Menschen sagen, ab sofort schlafe ich früher. Ja, wann ist denn früher? Früher um 21 Uhr, 22 Uhr, 22.30 Uhr. Ich lasse mir das mal auf. Ja, und schon wieder schwuppdiwupp ist es halb eins, dreiviertel eins, eins. Ja, weil euer Körper ist es gewöhnt. Ihr kennt es nicht anders. Ihr müsst euch umgewöhnen. Und dazu braucht man einen Plan, eine Strategie. Ansonsten wird es nicht funktionieren. Das Gleiche geht natürlich auch für die Meditation, für die Achtsamkeit. Joa, ich werde mal schon meditieren. In den ersten zwei, drei Wochen wird es funktionieren. Danach wird es nicht mehr funktionieren. Weil ihr keine Strategie habt. Ihr habt noch keinen Plan. Das heißt, jede Entscheidung von etwas Neuem, was ihr in Anlauf nehmt, das kostet euch Energie. Ihr müsst eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidungen sind energetisch aufwendig. Jetzt überlegt mal. Ihr habt am Tag schon 50 Entscheidungen getroffen, die energetisch super aufwendig waren. Und jetzt müsst ihr nochmal eine Entscheidung treffen. Da fällt die Entscheidung meistens so aus, dass der Sport ausfällt. Die Entscheidung fällt so aus, dass ihr natürlich das Falsche esst. Die Entscheidung fällt so aus, dass ihr keinen Bock habt zu meditieren. Die Entscheidung fällt immer zu Ungunsten von euch auf. Deswegen, ihr braucht eine klare Strategie in den ersten sechs, acht bis zehn Wochen. Und wenn ihr das regelmäßig macht, regelmäßig verfolgt über euer Zeitmanagement, dann wird irgendwann die Entscheidung keine Energie mehr kosten, weil es für euch selbstverständlich ist. Und wenn ihr die ersten sechs, acht bis zehn Wochen geschafft habt, dann werdet ihr es sehen. Dann ist es easy. Dann fällt es einem einfach. Es ist auf einmal aus einer Maßnahme, über die wir ständig entscheiden mussten, Energie aufbringen mussten, ist eine selbstverständliche, energiearme Routine draus geworden. So, Freunde. Und das ist genau das, was danach dann den Unterschied ausmacht, ob ihr mit eurem Vorhaben tatsächlich Erfolg habt. Klingt logisch, oder? Es ist logisch, Freunde. Das ist bewiesen. Das leben einem Menschen vor, die was tun und damit Erfolg haben. Ich habe so viele Coaches, die Erfolg haben. Aber nur Erfolg haben die, die tatsächlich auch diese Tipps berücksichtigen. Denn diesen Tipp bekommt von mir jeder. Sich am Anfang seine Trainingstermine, Fitnesstermine, Mobilitätstermine in seinen Terminplaner einzutragen. Jeder bekommt den Tipp, hey, pass auf, dass du eine Schlafroutine hast. Trag dir mal ein, wann möchtest du überhaupt schlafen gehen? Und beim Meditieren ist das Gleiche. Trag dir einen Termin ein in deinen Terminkalender, der mindestens so wichtig ist wie der Termin für deinen wichtigsten Kunden. Denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Umfeld. Es geht um dich, es geht um dein Luxus, es geht um dein Leben, es geht um deine Gesundheit. Und wenn das gemacht wird und befolgt wird, dann haben die Jungs und die Mädels Erfolg. Und dann haben die am Feedback-Tag immer ein fettes Grinsen im Gesicht. Dann haben die beim Abschluss vom Coaching ein schönes Lächeln im Gesicht und wissen, hey, ich war erfolgreich. Und sie waren erfolgreich nicht, weil sie was gebucht haben, sondern weil sie umgesetzt haben, weil sie die Ratschläge befolgt haben, die Tipps befolgt haben. Diese Tipps, die bewähren sich schon seit über 30 Jahren. Nicht nur bei mir, ich mache das ja auch so, sondern bei meinen Kunden, die erfolgreich waren. Die können es eins zu eins belegen, dass ihr Vorhaben, sich wieder gesund zu ernähren, regelmäßig Sport zu machen, früher ins Bett zu gehen, besser zu schlafen, Achtsamkeitstraining zu absolvieren, sozusagen Meditation. Die können es eins zu eins belegen, dass wenn sie ein gutes Zeitmanagement haben, dass sie erfolgreich sind. Jetzt kommst du und überlegst dir gerade, hey, die letzten Vorhaben, die ich hatte, die waren tatsächlich so. Ich habe das alles gefreestyled, gerade am Anfang. Ich habe da so eine Umstellung gemacht, stimmt, nach drei, vier Wochen war ich raus. Warum war ich raus? Stimmt, ich habe keinen Termin eingetragen gehabt. Ich habe keins von diesen Tipps, was der Andreas jetzt gerade erzählt, ich habe keinen Tipp umgesetzt. Und habe mich gewundert, warum es nicht funktioniert. Ich habe mich dann geärgert, warum ich nicht erfolgreich war. Und jetzt auf einmal denke ich darüber nach, denke ich, hey, so schwierig ist es ja gar nicht. Es gibt ein paar Regeln, die sind zu berücksichtigen. Nach sechs bis acht bis zehn Wochen habe ich eine Routine. Bei der Routine muss ich nicht mehr groß darüber nachdenken, das ist ja selbstverständlich, das ist du. Zack und schon habe ich Erfolg. Freunde, ist das nicht sensationell? Manchmal liegt die Lösung so nahe vor der Nase. Manchmal ist es so einfach, dass wir denken, warum bin ich nicht selbst draufgekommen? Und wenn ihr jetzt sagt, das ist nur bei dir so. Nein, das ist auch bei mir so. Bei mir im anderen Bereich, im Business-Bereich, denke ich auch manchmal, wenn ich bei dir Kräuter bin oder wenn ich mir Weiterbildungsbücher durchlese, denke ich, oh Mann, oh Mann, warum bist du denn nicht selber draufgekommen? Warum hattest du die Idee nicht selber? Weil diese Idee ist ja selbstverständlich. Dieses Vorhaben ist super selbstverständlich. Nein. Raus aus der Box. Manchmal brauchen wir jemanden, der von außen drauf schaut, der uns darauf hinweist, was wir denn da treiben und uns die Tipps, die Informationen mitgibt, und zwar Informationen, Tipps, die schon seit Jahrzehnten zum Erfolg geführt haben und zack, man wendet sie an und denkt irgendwann, warum habe ich es nicht schon früher gemacht? Warum habe ich es etliche Male probiert und es hat jedes Mal nicht funktioniert? Genau aus diesem Grund, weil es noch keine Routine war. Das ist im Gesundheitsbereich so, bei der Ernährung, beim Sport, beim Schlaf, bei der Achtsamkeit. Das ist im Business genau das Gleiche. Wenn ich eine neue Regel habe, eine neue Vorgehensweise im Business, dann muss ich am Anfang immer eine Entscheidung treffen, die energetisch aufwendig ist. Aber irgendwann ist sie nicht mehr aufwendig, weil ich die Rücksicht drauf genommen habe, die Regel eingehalten habe und irgendwann ist es so im System, im neuronalen Netzwerk verankert. Und sobald die neuronalen Netzwerke stehen und ständig mit den gleichen Informationen gefüttert werden, in dem Moment, es ist easy, in dem Moment haben wir eine ganz klare Entscheidung, die wir treffen, ohne dass wir noch große Energie aufwenden müssen. Genau das ist der Trick. Stärke dein neuronales Netzwerk, indem du dir eine Routine aufbaust. Es ist eine Routinepause dir auf, indem du eine gute Strategie hast, ein gutes Zeitmanagement, in dem du weißt, wann du was tust. Und dann wird aus einer ehemalig sehr aufwendigen Entscheidung, oh, ich muss wieder trainieren, oh, ich soll ins Bett gehen, wird eine Selbstverständlichkeit. Es ist einfach so und es klappt wunderbar und du bist zufrieden und dann musst du nie mehr darüber nachdenken und hast krassen Erfolg. So, und jetzt sagst du, lieber Andreas, das sind Spitzeninformationen, die du geliefert hast. Und ja, du hast recht. So kann ich vorgehen und so werde ich Erfolg haben, aber weißt du was? Ich habe keine Lust, mich zum Thema Ernährung, zum Thema Bewegung, zum Thema Schlafen, Achtsamkeit, einen Plan aufzustellen, eine Strategie aufzustellen, ist nicht meine Arbeit. Dann gebe ich dir hier völlig recht, dann hast du natürlich schon einen krassen Vorteil gegenüber allen anderen. Du weißt nämlich ganz genau, dass du dich um das kümmerst, was du kannst, wo du Profi bist. Denn dann kannst du da viel Geld verdienen, viel Zeit sparen. Und wenn du andere das machen lässt, was die am besten können und dir weitervermitteln, dann bist du die krasse Umsetzungsrakete, weil du nämlich verdammt viel Zeit sparst. Und diese Zeit kannst du dann wieder in dein Business investieren. Und bist du dort erfolgreich oder deine Familie investieren. Und dass du hier natürlich erfolgreich bist, indem du deine Kinder entsprechend honorierst, deine Kinder, deinen Kindern Anerkennung schenkst, deiner Frau Aufmerksamkeit schenkst. Auch ein tolles Projekt, indem du abgibst. Indem du die Sachen, wo du dich nicht zu 100% gut ausgibst, sagst, weg mit, lass es machen. Und da suchst du jemanden. Und du siehst an meinem Grinsen, ich kenne da jemanden. Jetzt hast du die Chance. Unten in den Bemerkungen findest du meine Page. Andreas-Trienbacher.com Und da gehst du rein und vereinbarst jetzt direkt deinen ersten unverbindlichen, kostenfreien Strategieberatungstermin. Und dann sehen wir uns in Kürze. Und wir zwei werden uns unterhalten. Circa eine Stunde. Und ich werde dir aus meinem Sammelsorium an Umsetzungsregeln, Strategien, an Erfolgsregeln, werde ich dir am Sammelsorium zusammenpacken und dir genau erklären, wie du an dein Ziel kommst. Wie genau du es schaffst, genau in diesem Bereich erfolgreich zu sein. Und dann wirst du es feiern, du wirst einen Riesenspaß haben. Das garantiere ich dir. Jetzt wünsche ich dir bei allem, was du tust, ganz viel Spaß und freue mich in Kürze von dir zu hören. Bis dahin. Bleib gesund. Mach's gut. Bye, bye. Bis dahin.